Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit dem nächsten Türchen unseres Weihnachtswahnsinns. Und heute wollen wir uns mit der ultimativen Disruption beschäftigen, und zwar der Disruption des Todes. Und der Frage, kann es wirklich ewiges Leben geben? Kann es Unsterblichkeit geben? Oder ist das eine komplette Spinnerei einfach nur von Milliardären aus dem Silicon Valley? Und natürlich vor allem die Frage, kann man damit reich werden und welche Aktien könnten massiv davon profitieren? Und jetzt legen wir los. Kommen wir erstmal zur Branche und kommen wir zu Altos Labs. Das Unternehmen hat zuletzt Schlagzeilen gemacht. Warum? Weil Juri Milner ein Milliardär eingestiegen ist und ein gewisser Chef Bezos. Und was macht Altos Labs? Ja genau das, worum es heute geht in diesem Video. Technologien zur biologischen Reprogrammierung. Also es geht um die Verjüngung von Zellen. Und da sind wir schon beim Stichwort oder bei der Frage des Tages, warum sterben wir eigentlich? Keine Angst, es wird jetzt keine medizinische Vorlesung, aber wir schauen uns jetzt trotzdem mal eine Grafik an. Denn ein bisschen was muss man schon besprechen, damit man es kapiert. Und da seht ihr jetzt hier ein Chromosom und die DNA steckt da drin. Und ganz am Ende jetzt hier, das sind die sogenannten Telomere. Die sind entscheidend. Das sind die Kappen am Ende unserer Chromosomen. Und die schrumpfen mit jeder Zellteilung. Das ist sozusagen das Problem. Irgendwann ist dann der Ofen aus. Und deswegen, ganz vereinfacht gesagt, müssen wir sterben, weil irgendwann sind die Dinger aufgebraucht. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, wenn man das irgendwie aufhalten kann, beziehungsweise die wieder verjüngen kann oder das Ganze verlangsamen kann, dann könnte man deutlich älter werden oder vielleicht sogar unsterblich. Und das klingt jetzt erstmal komplett verrückt, aber es gibt schon viele Verrückte, die da wirklich einiges vorantreiben. Und das Verrückt meine ich jetzt gar nicht irgendwie böse, sondern eher positiv. Also man braucht ein gewisses Verrückt sein, um wirklich Innovationen zu schaffen. Gerade im Silicon Valley hat sich das ja schon oft erwiesen, dass da dann doch einiges möglich ist. Und eine davon ist zum Beispiel Liz Parrish. Also das ist eine überzeugte Transhumanistin. Da seht ihr sie eingeblendet. Die hat auch ein bisschen Kleingeld. Deswegen hat sie ein Start-up gegründet, das heißt BioViva. Und sie ist selbsternannte Patientin Null. Und ihre Krankheit, das hat sie selber geäußert, ist das Altern. Und das will sie stoppen oder zumindest verlangsamen. Und was macht Liz Parrish jetzt konkret? Eine sogenannte DNA-Therapie. Dafür hat sie sich rund 100 Injektionen schon in den Körper jagen lassen. Ein Mix aus Genen und ein verändertes Virus. Und damit will sie das Altern stoppen. Fun Fact dazu, sie musste dazu nach Kolumbien, nach Bogota, um sich das Ganze spritzen zu lassen, weil es in den USA nicht erlaubt war. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann daraus werden? Also wenn ein paar Verrückte das anschieben und das wirklich gesellschaftsfähig wird und das auch funktioniert, dann kann das natürlich ein Billionen-Markt werden. Also die Schätzungen sind da natürlich gigantisch, aber steht natürlich alles noch in den Sternen. Kathy Wood von ARK, die kennt ihr natürlich alle, ist sehr optimistisch. Sie sagt, in einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren sind Aktien der Genom-Revolution wirkliche Deep-Value-Stocks. Ihr habt sicherlich schon mal von Gen-Editing gehört. Also die Gene sozusagen zu editieren, zu bearbeiten, zu verändern. DNA-Sequenzierung ist ja jetzt seit ein paar Jahren möglich. Und da geht Kathy Wood schon davon aus, dass es in den kommenden Jahren sehr viel Geld einspielen wird. Zum Beispiel natürlich Krebsbehandlung und auch Medikamentenherstellung, denn die DNA-Sequenzierung, die ist schon deutlich billiger geworden und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch billiger. Und dann wird das ein richtiger Massenmarkt. Sie sagt sogar, dass das dann zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung bei uns dazugehören wird. Und was ihr hier auch schon mal gehört habt, Stichwort CRISPR, das ist diese Genschere, also dass man eigentlich was aus den Chromosomen rausschneidet. Das war vor ein paar Jahren noch richtig teuer. Bearbeitung eines Chromosomenpaars im Jahr 2013 hat das noch rund 5.500 Dollar gekostet. Das ist auch schon massiv, massiv billiger geworden, also mittlerweile auf 30 Dollar gesunken. Und der Fortschritt ist, dass man das Ganze jetzt nicht mehr rausschneiden muss, sondern dass man das sozusagen löschen und dann neu bearbeiten oder neu beschriften kann sozusagen. Und das Ganze ist jetzt auch keine Spinnerei oder irgendwas total Abstraktes. Also da gibt es schon Fälle, die wirklich Mut machen, zum Beispiel von Victoria Gray aus Forrest im US-Bundesstaat Mississippi. Die wurde mit CRISPR sozusagen geheilt, also die hatte eine Blutkrankheit, Sichelzellkrankheit. Ich will jetzt da gar nicht in die Details gehen, aber wie gesagt, einfach, dass ihr wisst, dass es da schon Fälle gibt aus der Praxis, wo das wirklich geholfen hat. Aber es gibt natürlich auch viele Mahner, zum Beispiel die Bioethikerin Françoise Bailey, die sagt, diese Technologie ist noch längst nicht da, wo sie bei Menschen voll angewendet werden kann. Und das Problem ist auch, wenn man Zellen quasi bearbeitet oder verjüngt, dann verändern sich die. Natürlich, die werden nicht einfach nur jünger, sondern verändern sich. Und da hat sich auch schon gezeigt, bei Versuchen mit Mäusen, dass dann Tumore gewachsen sind und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit angebracht, um das wirklich dann für den breiten Massenmarkt tauglich zu machen. Und das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, was sozusagen alles gebraucht wird für das ewige Leben. Das ist ein Fünferpack und zwar fängt das an mit der Genanalyse, das steht ganz am Anfang, dann die Geneditierung, da haben wir auch gerade davon gesprochen, dann eben das Altern der Zellen stoppen. Dann wird es auch, um das Ganze rund zu machen, 3D gedruckte Organe brauchen und das Ganze soll dann abgeschlossen, abgerundet werden von sogenanntem Medical Food. Und um mal so eine kleine Zukunftsvision aufzuzeigen, vielleicht kennt ihr den Film Die Insel, den habe ich tatsächlich vor kurzem mal wieder geguckt mit Scarlett Johansson und Ewan McGregor. Und da geht er, glaube ich, ziemlich am Anfang aufs Klo. Ja, geht er aufs Klo, verrichtet er sein Geschäft und dann wird sozusagen automatisch gemessen, ja, er hat jetzt irgendwie zu viel von dem Bakterium drin oder zu wenig von dem, fehlen irgendwelche Vitamine. So könnte das in den Visionen in Zukunft bei uns auch aussehen, dass wir einfach in der Früh aufs Klo gehen, dann wird gemessen, was sozusagen nicht stimmt. Und dann druckt der 3D-Drucker das in unser Essen, also das wäre dann sozusagen Medical Food, was ich gerade angesprochen habe. Also, dass wir dann immer das kriegen, was wir brauchen und damit würden wir natürlich viel, viel gesünder werden und natürlich auch automatisch schon länger leben. Das klingt noch nach einer sehr fernen Zukunftsvision, aber es gibt Schätzungen, dass Medical Food in 10 Jahren den Massenmarkt erreichen soll. Um mal zwei Aktien zu nennen für den 3D-Druckbereich von Organen, die ganz spannend sind, das sind Organovo und United Therapeutics. Also, in 10 Jahren soll es schon Medical Food geben, das sind natürlich Schätzungen nur von gewissen Experten, also mir kommt das sehr nah vor. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht kommt, aber 10 Jahre sind dann doch immer schnell vorbei und man sollte das Ganze schon skeptisch sehen. Ich finde es auch ein sehr interessantes Thema, aber in den 90er Jahren, da gab es zum Beispiel die sogenannte Kryonik, also das Einfrieren und dann sozusagen auch irgendwann später wieder aufgetaut werden. Das hat sich jetzt nicht so wirklich durchgesetzt. Mir ist der Montgomery Burns eingefallen von den Simpsons, können wir mal kurz einblenden. Das kennen vielleicht einige, ich glaube, das ist so eine Zukunftsfolge, wo, glaube ich, Lisa Simpson dann erwachsen ist und irgendwie heiratet, wenn ich mich nicht täusche. Und Burns wurde irgendwie eingefroren, soll dann wieder aufgetaut werden. Funktioniert dann auch nicht, er kann nicht so richtig gehen, ist dann so ein Eisklotz. Ist natürlich Comedy, aber das zeigt schon ganz gut, dass daraus jetzt nicht wirklich was geworden ist. Und dann natürlich noch die Frage, wie sinnvoll ist eigentlich das Ganze? Wenn wir uns das mal vorstellen, wir würden 200, 300, 500 Jahre leben, was weiß ich, Stichwort Überbevölkerung, schon mal schwierig. Dann auch die Frage, wann beendet man dann sein Leben? Sagt man dann irgendwann mit 250, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr, ich würde jetzt dann gerne mal sterben, melde mich freiwillig. Oder wie würde das dann laufen und auch wie man das geistig verkraftet? Also wenn ihr euch mal vorstellt, ihr hättet vor drei oder 500 Jahren schon gelebt, was ihr da erlebt hättet, ob ihr dann heute noch zurechtkommen würdet in dieser Welt. Also das sind lauter solche Fragen, die das Ganze natürlich auch schon etwas unwahrscheinlicher machen. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kann man dann vielleicht doch damit reich werden? Denn wir müssen jetzt nicht unbedingt gleich die Unsterblichkeit voraussetzen. Die ganzen Technologien sind ja schon in voller Fahrt und es geht ja vielleicht auch erstmal darum, etwas länger zu leben oder zum Beispiel einfach Krebs zu behandeln, auszuradieren, wie auch immer. Also das wird sicherlich im Interesse der Menschheit sein. Und ARK ist da natürlich schon länger investiert. Ich habe Katie Wood vorher schon angesprochen. Schauen wir doch mal drauf auf die größten Positionen momentan im Genomic ETF. Blenden wir das mal ein und da sind schon mal einige Inspirationen für euch dabei. Momentan die größte Position Teladoc. Also am besten einfach mal vielleicht jetzt kurz Stop drücken. Dann könnt ihr euch diese Aktien mal einen Screenshot machen oder notieren und nochmal selber weiter recherchieren. Also da gibt es sehr, sehr viele Aktien. Die können wir heute nicht alle durchsprechen, aber es kommen jetzt noch schnell ein paar Beispiele. Und es gibt natürlich nicht nur ARK immer, also das wurde natürlich schon heftig gepusht in den letzten Monaten und Jahren. Deswegen wollen wir uns auch noch andere ETFs kurz anschauen. Blenden wir das ein, die sich mit diesem Thema befassen. Haben wir hier fünf zur Auswahl. Gibt natürlich auch was von Invesco, iShares und Co. Also könnt ihr euch mal anschauen und dann natürlich auch schauen, vielleicht was sind da für Unterschiede, was sind da die größten Positionen und euch da noch Inspiration holen. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, die sich mit der Zellerneuerung beschäftigt. Und zwar ist es Cellularity, sagt der Name eigentlich schon, gegründet worden, 2017 von Biomatch-Spezialist Bob Hariri und Peter Diamandis. Und da schauen wir mal auf den Chart. Die Mission ist natürlich, was wir jetzt besprochen haben, ja, Zellen verändern, verjüngen, das Ganze aufhalten, dass die Zellen sozusagen irgendwann nicht mehr erneuert werden. Also der Kampf gegen das Alte ist die Mission und da sehen wir mal den Chart. Ja, das läuft bislang noch nicht so gut, ist schon ordentlich runtergekracht, hat sich jetzt wieder etwas erholt. Was ganz interessant ist, im Vergleich zu rein forschenden Unternehmen, muss man sagen, was bei Cellularity schon interessant ist. Die machen immerhin schon Umsätze. Sehr spannend natürlich auch Biontech. Jetzt werden viele sagen, oh, hier wieder Corona-Aktie. Nein, das ist keine Corona-Aktie. Viele können es vielleicht schon auch nicht mehr hören. Aber Corona hat natürlich jetzt sehr viel Geld in die Kassen gespült. Und das Thema ist ja mRNA. Da geht es zum Beispiel auch um Krebs und andere Sachen. Und da ist natürlich jetzt sehr viel Geld in der Kasse, um dann massiv zu forschen und dann natürlich auch das Ganze weiter anzuschieben. Noch kurz ein paar konkrete Zahlen. Das mit dem Umsatz ist schon Wahnsinn. In den ersten neun Monaten, jetzt 2021, ist der gestiegen von 137 Millionen Euro auf 13,4 Milliarden Euro. Also da wisst ihr jetzt, wie gut die Kasse gefüllt ist. Und momentan forscht Biontech mit rund 1500 Beschäftigten an insgesamt rund 30 Wirkstoffen. Also da seht ihr viel mehr als Corona. Und vier davon befinden sich bereits in der klinischen Testphase 2. Und noch ein spannendes Unternehmen ist aus Schweden, Biko. Können wir kurz den Chart einblenden. Und da ist es jetzt schon ein bisschen besser gelaufen, zumindest längerfristig, als jetzt der kurzfristige Chart von Cellularity. Und Biko ist spezialisiert auf Bioprinting-Verfahren. Also da geht es dann eben darum, menschliche Ersatzteile zu drucken, Ohr, Herz oder auch Nieren. Und jetzt noch zum Abschluss ein interessantes Unternehmen, was momentan aber nicht so gut dasteht an der Börse. Schauen wir mal auf den Chart. Und zwar ist das Unity Biotechnology. Und da haben Peter Thiel und Chef Bezos investiert. Aber könnt ihr mal genauer anschauen. Ist zumindest gerade sehr weit unten. Und vielleicht, was fürs Zockerdepot auf jeden Fall sehr spannend. Aber auch wenn Chef Bezos und Peter Thiel investiert sind, ist das natürlich noch lange keine Garantie, dass das Ding langfristig durch die Decke geht. Und jetzt, Leute, sind wir angekommen am Ende dieses Videos. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Das ist ein gigantisch interessantes Thema. Man weiß gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Also es geht ja hin von der Technologie bis zur Ethik. Also wirklich sehr, sehr komplex. Aber sehr interessant. Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und natürlich auch, ob ihr investiert seid. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr den Weihnachtswahnsinn feiert und immer mehr sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Dann kommt morgen natürlich sofort wieder das nächste Video. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.